Camp Hammer liegt am malerischen Ufer der Ruhr und ist von Wäldern und Wiesen umgeben, am Fuße des Nationalparks Eifel, dem ersten Nationalpark Nordrhein-Westfalens überraumt. Die Landschaft der Eifel ist eine wahre Idylle. Wälder, Seen, Berge, Täler sowie wunderschöne historische Städtchen und Dörfer gehören dazu. Unsere günstige Lage ermöglicht kurze Wege zu den verschiedensten Ausflugszenen. Im Umkreis von nur acht Kilometern erreicht man zum Beispiel die Altstadt Monschhaus im Westen oder den Ruhrsee im Osten. Camp Hammer ist ihr Gastgeber im Nationalpark Eifel. Unseren Gästen möchten wir die Schönheit der Landschaft vermitteln und dafür sorgen, dass sie die Natur mit allen Sinnen erleben. Für Freizeitvergnügen sorgen auf Camp Hammer Der Kinderspielplatz Der Kicker Die Tischtennisplatte Das Schachspiel Der Bolzplatz Und die Boccia Bahn Umweltbewusstes Arbeiten wird von uns geliebt und Umweltbewusstsein vermitteln wir daher gerne auch an unsere Gäste weiter. Die dicht am Campingplatz vorbeifließende Ruhr ist ein angenehmer Aufenthaltsort für Jung und Alt. Das Schachspiel Im Zusammenarbeit mit der Praxis für Physiotherapie, Osteopathie und Chiropraktik im Einklang können sie sich vor Ort verwöhnen lassen. Ihre Kleinen sind bei uns herzlich willkommen. Kinderfreundlichkeit liegt uns besonders am Herzen. Zusätzlich zu unserem Spielplatz haben wir ein Holzhaus, die Kinderstube, in der man auch bei schlechtem Wetter ausgiebig spielen kann und abends sagt das Sandmännchen gute Nacht. An unserem Campingshop können sie kleinere Einkäufe erledigen. Hier gibt es zum Beispiel Eis, Süßwaren, Lebensmittel, Getränke, frische Brötchen und Zeitungen. An der Rezeption informieren wir sie gerne über Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten in der Region sowie über Ranger-Touren in den Nationalpark Eifel. Unsere 180 Quadratmeter große und mit Fußbotenheizung ausgestattete Sanitäranlage verfügt über je fünf Waschbecken, drei Duschen und je eine Komfortdusche für Frauen und Männer. Außerdem verfügen wir über einen behindertengerechten Sanitärbereich. Sicherheit wird bei uns mit einer Zugangskontrolle gewährleistet. In den Wasch- und Duschräumen besteht Badeschuhpflicht. Der Wasch- und Spülraum ist mit Waschmaschinen und Trocknern, einem Wäscheständer, einer Bügelstation, Kühl- und Gefrierschränken sowie zwei Geschirrwaschbecken ausgestattet. Für beim Camping anfallende Abwässer gibt es einen separaten Raum zur hygienischen Entsorgung. Wir verfügen über 30 bis 40 Touristenstellplätze sowie über 86 Stellplätze, die ganzjährig zur Verfügung stehen. Jeder Jahresstellplatz verfügt über eine befestigte Zufahrt sowie über einen Stromanschluss mit Stromzähler. Nachts ist der gesamte Platz beleuchtet. Am Gelände von Camp Hammer, direkt am Eifelsteig, liegt das urgemütliche Bistro, der Hammer, mit großer Außenterrasse für schöne Sommertage. Ein Kamin sorgt auch in der kalten Jahreszeit für eine wohlige Atmosphäre. Die unmittelbare Nähe zum Wald lädt Wanderer, Radfahrer, Reiter, kleine und große Leute zur ausgedehnten Pause in ruhiger Umgebung in unser Bistro ein. Ein gut ausgebautes Netz von Wander- und Radwegen verspricht Naturgenuss pur. Für Reiter gibt es außerdem Anbindemöglichkeiten für die Pferde. Als Gastgeber in diesem Umfeld fühlen wir uns dem Nationalpark Eifel und seiner Region verpflichtet. Wir wollen dazu beitragen, dass diese einmalige Naturlandschaft für uns und unsere Nachkommen erhalten bleibt. Wir möchten, dass sich unsere Gäste bei uns wohlfühlen. Wir heißen sie auf Camp Hammer herzlich willkommen. Dass wir sie in der Kalm-Undern unterhalten können. Wander und Brücken In der Kalm-Undern Ihr stimmelt